Und weil ich so unglaublich gut spiele, kriege ich den nächsten Großmeister direkt. Wer soll das? Keine Ahnung, ob er das spielt. Auf jeden Fall schnell. Alle spielen sie so schnell, nur ich nicht. Ja, netter Trick. Netter Trick. Wegen C5 hier, ne? Turm D8 wäre ein bisschen logischer gewesen. Na, ich will F5 spielen und den Springer hier loswerden. Der nervt. Weg mit dir. Muss ich leider wegziehen. Ja, Lofa A5 ist eine Idee. Natürlich Dame, dann hat er aber Dame D5, Springer F7. Dame D, oh nein, der Fdingen zähnt. Dame D5. Dame E6 habe ich. Ich würde aber gerne hier rein, ehrlich gesagt. Springer F7, Dame E5, Dame E2. Ich habe keine Zeit zum Rechnen. Scheiße. Das ist niemals besser für ihn, eher besser für mich wahrscheinlich. Das ist nicht so ausgeglichen. 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 Das ist nicht so ausgeglichen.